Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und aktuell ist in der Süddeutschen zu lesen, dass in einer Gemeinde in Bayern, oh Überraschung, Krippenplätze und Kita-Plätze fehlen und natürlich Mama und Papa in den entsprechenden Bürgerversammlungen darüber höchst unglücklich sind. Und was vielleicht nicht ganz so neu ist und auch durchaus auch weit verbreitet, jemand von der Gemeinde sagt, ja, Geschwisterregelungen, die haben wir abschaffen müssen, weil sonst würden wir ja von den Eltern verklagt werden und wir würden jetzt bei der Aufnahme der Kinder streng nach Alter vorgehen, was natürlich Mama und Papa mit Geschwisterkindern und der entsprechenden Arbeitsverpflichtung in ganz große Probleme bringt. Nun, erstens zur Erinnerung, wenn man das immer wieder liest, auch immer wieder erzählt bekommt, ein Kind hat einen unbedingten Gewährleistungsanspruch auf Nachweis eines bedarfsgerechten Kita-Platzes. Das bedeutet, dass es keine Bedingung für den Nachweis eines freien bedarfsgerechten Kita-Platzes geben darf. Und die Bedingung, du bist Geschwisterkind oder du bist nicht Geschwisterkind, die darf es eben somit nicht geben. Auch die Bedingung, du bist noch nicht im richtigen Alter und deshalb noch nicht dran, die darf es eben auch nicht geben. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, unbedingte Gewährleistungspflicht des entsprechenden kommunalen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Der ist derjenige, der hat zu leistern und wenn er nicht leistet, kann er verklagt werden und dann kann im Wege der Zwangsvollstreckung auch dafür gesorgt werden, dass, oh Überraschung, ein Kita-Platz ja dann doch womöglich verfügbar ist. Das heißt, die erste Aussage in diesem Bericht der Süddeutschen dort in der Gemeinde, ja wir mussten die Geschwisterkinderregelung aufgeben, weil wir sonst verklagt werden, ist richtig. Ja, ihr werdet sonst verklagt, aber es stattdessen über eine Altersregelung zu machen, ist nicht etwas, was auch nur annähernd zielführend sein kann, wenn die Gemeinde, wenn die Stadt eben Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist und somit auch nicht eine andere Bedingung einfach sich mal so ausdenken kann, nämlich Alter. Wir gehen streng nach Alter, weil eben ein unbedingter Gewährleistungsanspruch bedeutet, keine Bedingung und das Alter eben hier keine Bedingung sein kann, sofern das Kind mit dem ersten Lebensjahr den entsprechenden Anspruch selber hat. Und auch nochmal etwas, was vielleicht in dem Zusammenhang natürlich sofort bei uns als Anwälte entsprechend die Glocken, die Alarmglocken schrinnen lässt. Das heißt, aha, ihr wollt nach Alter entsprechend die Kita-Plätze vergeben. Nun, wir erlauben uns auf Altersdiskriminierung einmal hinzuweisen, nicht wahr? Das ist eins der Diskriminierungsmerkmale. Man darf nicht diskriminieren wegen Alter, Geschlecht, Religion und so weiter und so weiter. Insofern ist es vielleicht nicht die klügste Variante, hier irgendwie über das Alter eine Vergabe von Plätzen im Rahmen der Daseinsfürsorge irgendwie vornehmen zu wollen, weil das a. mit dem unbedingten Gewährleistungsanspruch schon nicht hinhaut und b. eben womöglich eine unzulässige Altersdiskriminierung darstellen kann. In dem Sinne, morgen geht es garantiert weiter. Vielen Dank.